Musik Wow, I'm Fortress Ich gehe aber nochmal zurück Da war jetzt auch wieder keine Zeit für einen sinnvollen Schnitt Mal gucken, wie ich das gelöst habe Also ich bin ja immer selbst gespannt, was da so passiert in meinen Videos Ich skippte ja nicht Ich bin ja unskriptbar, ich bin so dumm Und man kann mich einfach nicht skippten Dann gucken wir mal, was passiert, bevor man das Ding runterschluckt Was gibt es eigentlich hier? Gibt es hier irgendwas Spannendes? Ein Mittelton Oh, er schlückelt Ich vermute, genau Das ist hier noch Also dieses Level ist, wie gesagt Nein, leck mich am Arsch Dieses Level ist anhand der vielen Capes, die es gibt Gut, das macht doch Sinn bei diesen ganzen Löchern im Boden Aber anhand der vielen Capes, die es gibt und sowas Und den blauen Panzern, würde ich sagen Ist es ein Hinweis in sich Du brauchst irgendwas am Ende, um halt Äh Doch das zu schaffen, was du dir so vorgenommen hast Oh Ähm, mich irritiert jetzt gerade noch Hier sind drei Pfeile Weiß jetzt nicht, ob das bedeutet Hier gibt es drei Ausgänge Oder ob das bedeutet Gibt es nicht Oder ob das einfach nur bedeutet So Jo Also Der ist es tatsächlich so Da kommt auch nicht mehr Oft gesucht Und ich bin wahrscheinlich auch immer wieder drauf reingefallen Mit diesen drei Pfeilen am Ende Da kommt nicht mehr als dieser Rundgang So Zur Veräpplung Ha, gucke mal Denkt doch mal nach Bis morgen